Ja, hallo liebe Freunde meines Kanals und willkommen hier zurück bei Doom. Ja, wir müssen es schaffen, diese nette Dame da vorne aufzuhalten, die ihr da nur ganz verschwommen durch dieses Milchglas hier sehen könnt. Nämlich Olivia Pierce, die müssen wir töten mit Waffengewalt, wie wir es immer tun. Und dazu stemmen wir hier erstmal alles auf und sehen, wir kommen hier nicht weiter, weil hier fährt gerade der Fahrstuhl hoch und wir können anscheinend nicht hinterher. Der Heimat des Argent-Energie-Vertrierungssystems von Dr. Olivia Pierce. Wir sind der einzige Konzert, der über diese Technologie verfügt, mit der sich Höllenenergie in Argent-Energie umwandeln lässt. Mit der wird diese Anlage betrieben. Zudem wird sie über den Argent-Tower ins Universum gesandt und versorgt so Familien auf der Erde in umliegenden Kolonien mit der nötigen Energie für ein produktives Leben. Aber dafür ist ein Team nötig. Ein Team von Menschen voller Energie. Potenzieller Energie. Schöpfen Sie Ihr Potenzial aus. Mit der UAC. Vielen Dank. Wir haben die Doppelläufige gefunden und wir haben jetzt hier noch einen Codex-Eintrag für den Summoner gefunden. Ich habe zuerst Stürm-Monster gelesen. Ah ja, ich sehe schon, da hinten geht es schon wieder ab. Ah ja, hier. Ohoho, okay. Very nice. So, zum Glück nochmal aufgeladen. Warte mal da oben. Da ist eine Kugel. Ist das so eine Berserker-Kugel? Eigentlich will ich hier ganz gerne die Explosion starten. Gut, also bisher läuft es ja ganz gut. Oha, ich sehe schon, da kommt hier so eine Summonerin auf uns zu. Ich habe wenig Munition auf der Knarre, deswegen... So, lieber mal ein bisschen... Diese blöden Imps. Oha, die darf man nicht unterschätzen. Boah. Wisst ihr was? Ganz kurz mal. Raketenwerfer. Oh, wir können hier ganz kurz... ein bisschen Energie nachtanken. Verdammt, verdammt, verdammt. Hier geht es gerade echt ordentlich ab. Ganz kurz mal... Wir wechseln auf das Plasma-Gewehr. Aua, aua, aua. Irgendwie drängen die mich hier gerade ein bisschen zurück. Nein, ich habe mich selbst zerschossen. Ich habe mich selbst zerschossen. Nein. Verdammt. Ich habe gegen die Wand geschossen. Und bin damit explodiert. Okay, auf jeden Fall wissen wir, dass hier einige fiese Gegners auf uns zukommen. Wenn ich richtig gezählt habe, zwei Summoner. Aber ich glaube, da ist auch noch so eine Berserker-Kugel. Die können wir auch noch benutzen. Aber diese Summoner, die müssen wir erstmal außer Gefecht setzen. Weil denen ihre komischen roten Blitzes, die machen halt echt verdammt Schaden. So. Also, das haben wir da drin. Oh, okay. Jetzt konnte ich da echt ein paar Ladungen reinhauen. Oh Gott. Ah, ich sehe da hinten gibt es noch ein bisschen Lebenskraft. Alles klar, was ich hole mir erstmal diese Kugel hier oben. Ah, okay. Jetzt ist gar keine Berserker-Kugel. Das ist so eine Schadensreduktion-Kugel. So, die erste Summonerinnen haben wir. So, ich habe aber gesehen, dass da hinten... Ganz kurz mal gucken, was hier noch alles abgeht. Auf jeden Fall gibt es hier noch ein paar Lebenspunkte. Habe ich es erwischt? Anscheinend nicht. Ganz kurz mal hier das Leben mitnehmen. Na toll, fünf Punkte. Nice. So, wo bist du hier, Summoner-Lady? Also, mit den Raketen zu treffen, ist natürlich gar nicht mal so schwer. So. So, die Summonerin ist zerlegt. Da vorne schleicht noch so ein einzelner Imp rum. So, den holen wir uns mit der Schrotflinte. Ah, hier noch mal ganz großes Leben. Sehr schön. So. Zack, 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 zack. Alles gemacht hier. Huh. einen Waffenpunkt haben wir erhalten. So, da hinten gibt es nochmal Munition. Und mir fällt gerade ein, ich hätte eigentlich auch noch volle Ladung für die Kettensäge gehabt, also für die Painsaw, aber das behalte ich mir mal lieber. Das behalte ich mir lieber. Ansonsten gibt es hier noch irgendwas zu holen. Ah ja, hier gibt es auch nochmal ein bisschen. Ah, jetzt habe ich immerhin vier Ladungen, also jetzt kann ich auch echt große Monster zerschnetzeln. Und als nächstes müssen wir dann wohl hier hinten lang. Klettere den Turm hinauf. Äh, soll ich da jetzt hoch? Soll ich mich jetzt hier so hochhangeln? Geht das überhaupt? Ne. Ah, guck mal hier hinten. Very nice. Ja, ich sollte auch demnächst mal meine ganzen Sachen verbessern, aber erstmal gucke ich mal, wie ich hier hochkomme. Und ich glaube, das geht irgendwie nicht so. Vielleicht vielleicht muss ich mich hier so hochhangeln. Wartet mal. Ne. Ne. Aber ich kann hier einfach mal hinterherlaufen. Oh oh. Ey. Ah, okay. Ich glaube, das war jetzt nicht ganz falsch, was ich gemacht habe. Ja, guck mal hier. Ah, da liegt auch noch einer. Eine Prä-Toren-Marke habe ich erhalten. Was können wir denn machen? Umweltwiderstand. Area Scanning. Ausrüstungssystem. Verbesserte Kapazität und Nachladezeit von Ausrüstung. Aha. Geschicklichkeit. Ja gut. Tempo bestimmter Aktionen. Ich habe ja bei einem Punkt. Ja, dann lassen wir das mal dabei. Äh, Ansauger. Ja, mein zweiter Platz ist ja gesperrt. So, was können wir hier noch machen? Kann ich hier zum Beispiel... Ne, ist noch alles gesperrt. Aber ich könnte zum Beispiel die... Ah ja, guck mal. Ah. Schnelleres Nachladen kaufen könnte ich zum Beispiel für die Doppelläufige. Ähm, ansonsten... Ja gut. Da habe ich zu wenig Punkte für. Gut, Feuerrate von Salven erhöht. Ist ja auch nicht schlecht. Also die Salve ist ja das hier. Ne, ich habe gerade... Ah, die Salve habe ich glaube ich gerade gar nicht aktiviert. Wartet mal. Ich glaube, jetzt war ich gerade ein bisschen... Genau, L2 gedrückt halten. Wartet mal. Was mache ich jetzt hier gerade falsch? Oh, ich habe einfach die falsche... Knarre. Ne. Ah doch, hier. Ah ja, alles klar, doch. Alles richtig, alles richtig. Ich habe nichts gesagt. Arjen Energie. Ein weiterer Codex-Eintrag. Lass mich raten, da unten muss ich jetzt hin. Und lass mich raten, da wartet gleich der Kampf meines Lebens auf mich. Na gut. Alles klar, dann Türe auf. Das erinnert mich gerade etwas an Half-Life. Oh, WTF. WTF. Ah, ich habe zu wenig Streibstoff für den. Na super. Aber wartet mal, ich habe einen Raketenwerfer. Wenig Gesundheit. Ja, geil. Geil. So. Boah. Sorry, ich muss hier gerade ein bisschen mit dem Raketenwerfer arbeiten. Muss ich mal ein bisschen umschauen hier. Auf jeden Fall müssen wir diesen Dicken da vernichten. Den da. Okay, den haben wir jetzt irgendwie auch vernichtet. Okay, aber das scheint es noch nicht gewesen zu sein. Ah, ne. Okay, also erstmal die Dämonenpräsenz hier ein bisschen schwächeln. So, da oben gibt es auch noch ein bisschen Rüstung. Da ist auch noch ein volles Leben. Oh, nice. Okay, also hier stehen zu bleiben, wenn dessen auf einen geschossen wird, ist natürlich bekanntlich nicht die allerbeste Idee. Okay. Fuck. Hat mich dieser Dicke dann noch bekommen. Mit dem hatte ich jetzt echt gar nicht mehr gerechnet. Okay, das ist dann echt teilweise schon sowas wie ein Bosskampf jetzt. Aber ich habe auch zu lange teilweise rumgestanden. Also, ich erkenne, dass ich, äh, äh, krasse Fehler gemacht habe. So, komm her, komm her, komm her, komm her. So, hier, fress dein eigenes Herz. So, dankeschön. So. Ach, da oben ist noch einer von denen. So, komm her. Nein. Oh, Mann. Okay, also mit diesen, äh, dicken komme ich jetzt schon einigermaßen klar, aber gerade diese, keine Ahnung, diese Ramböcke, die machen mir echt hier noch das Leben schwer. Aber kann man so sagen, die Bosskämpfe haben es hier wirklich in sich. Ich sollte einfach, bevor ich durch die Tür gehe, auf den Raketenwerfer wechseln. Dämonen-Präsenz gefährlich hoch, abregeln und abgeschlossen. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Aber die Dinger sind ziemlich cool. Also, hat was. Oh, jetzt nochmal, ich wechsel direkt auf den Raketenwerfer. Ich glaube, am besten ist es, die Raketen wahrscheinlich direkt in den Kopf rein zu jagen. Dämonen-Präsenz gefährlich hoch, abregeln und abgeschlossen. Ja, also einfach so hier draußen rumstehen. Ah, es sind echt vier Stück von denen. Glaube ich mal, dass es vier sind. So, ganz schnell hier mal. Ein paar Rüstungsteile geholt. Und der erste, der erste Runner. Oh Gott, schon wieder wenig Munition. Ah, nee. So, da. Ich muss erst mal gucken, was hier alles so rum, äh, fleucht. Okay, also ein paar Raketen wäre jetzt mal nicht, nicht unbedingt das. Obwohl den, den, den Runner. Den können wir auch einfach mal zersägen. Oha. 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 Oha, zum Glück, da ist noch ein rettendes Halfpack. Da hinten ist noch eins. Ich komm da, ich komm da grad nicht hoch. Ich bin grad so doof, da hochzukommen. Ah, ich hab schon wieder zehn Raketen. Na, ich muss halt auch sicherer Entfernung schießen. Und gucken, dass ich irgendwie mein Leben wieder vollkriege. Dass ich irgendwie hier mein Leben auf die Reihe kriege. Guck mal hier hinten zum Beispiel. So, die nächsten haben wir auch zerlegt. Ich hab auch, außerdem hab ich noch weniger Schaden drauf. Okay, jetzt könnte es hier was, was werden. Oha, der ist auch zerlegt. Oha. Ja, irgendwas ist hier noch hinter mir her. Ich weiß grad nur noch nicht was. Ob's was Großes ist? Äh. Ja, da ist noch... ...den Raketen-Heini. So. So, die Raketen Haini noch fertig machen. Hätte mir ruhig ein paar Raketen geben können. So, zerlegt. Haha. Huh. Okay, das war jetzt krass. Das war jetzt echt krass gewesen. Kein leichter Kampf. Aber ich hätte sogar noch hier ein paar Möglichkeiten gehabt, Leben nachzutanken. Ich check mal eben, was hier noch so alles rumsteht. Aber nicht schlecht. Also, das war jetzt schon sehr, sehr Doom. Also, wenn man gerade die ersten Doom-Teile kennt, das ist wirklich schon sehr in die Richtung. So, jetzt fahren wir hier erstmal nach oben. Da unten hätte ich noch einen... Ah, das Ding kommt doch wieder runtergefahren. Ah, alles klar. Alles klar. Gut, dann also wieder hoch. Und dann wahrscheinlich einfach warten oder so. So, und jetzt... Ach nee, das ist... Ach so. Ach so. Ja, wie komme ich jetzt hier bitte nach oben? Muss ich die alle hochfahren oder so? Ah, nee, ich habe ja dann hier nochmal so eine Kontrolle. Oder wartet mal ab. Nee, hochklettern wird schwer. Und damit fahre ich wieder runter. Ich glaube, ich bin jetzt gerade ein bisschen zu blöd hier für das Spiel. Hier oben lang zu laufen bringt mir auch nichts. Aber ich fahre einfach mal alle Plattformen hoch. Ah, nee, sind jetzt ja auch alle oben. Okay, liebe Leute, dann muss ich hier noch irgendwie weiterkommen. Ich weiß gerade noch nicht, wie das gehen soll. Das finde ich aber gleich noch heraus. Und dann machen wir weiter in der nächsten Folge hier bei Doom. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank fürs Zuschauen.